Ja, natürlich war ich schon sehr zufrieden, war gut. Ich meine, es gibt auch Spiele, wenn man unbedingt gewinnen will oder muss, dass man da auch verkrampft. Aber das hat die Mannschaft gar nicht getan, denke ich mal. Nach der ersten Phase hat sie das Spiel gut angenommen. Ich denke, auch verdient, überzeugend gewonnen. Und hat eine gute Reaktion oder die richtige Reaktion gezeigt. Also von dem her sind wir mit den drei Punkten zu Hause. Und wie sie zustande kommen, sind schon zufrieden. Ja gut, Felix ist in der Reha, genauso wie Pelowski. Zerkan hat heute ganz normal mittrainiert. Also es sieht ganz gut aus bei ihm. Ich denke mal, in zehn Tagen ist er auch wieder so weit, um bei 100 Prozent zu sein. Wenn es normal läuft, sind wir mit dem Stand sehr zufrieden. Ja, seit jetzt Marc Fascher Trainer ist, haben sie kontinuierlich gepunktet. Haben sie den Weg nach oben angetreten. Sie sind eine sehr disziplinierte Mannschaft jetzt. Sie spielen sehr konzentriert aus der Ordnung heraus. Sie bekommen dadurch auch wenig Gegentore. Und vorne haben sie natürlich jetzt in der letzten Zeit mit dem Smetana den überragenden Mann, der durch seine Kopfballstärke viele Tore selbst, aber auch die anderen Spieler in Position bringt. Und darauf werden wir achten müssen, dass wir gerade die zweiten Bälle, wenn da lange Bälle gespielt werden, oder wenn er ins Spiel kommt, die er gerne ablegt, dass wir das verhindern. Dann denke ich mal, haben wir schon einen großen Schnitt getan. Und das andere ist natürlich auch auswärts nach vorne spielen. Dankeschön. Vielen Dank.